Kürz! Fußballluft zu schnuppern, die Torwand des FC Schalke 043 unten rechts, 3 oben links ist aufgebaut, unten rechts daneben unsere Fußballradarfalle, da könnt ihr eure Schusskampf testen, Speed Control ist angesagt und 96 könnte hoch sein, oder? 96? Was ist überhaupt ein höchster Wert, weißt du das? 98 kmh, hallo, grüßt euch, viel Spaß auf Schalke, 100!